Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einem neuen Interview heute mit Peter Bär. Er ist Autor, er ist Experte für Achtsamkeit und ich habe ihn damals kennengelernt durch seine Nicht-Jammern-Challenge, über die wir gleich auch noch reden werden, aber stell dich gerne erstmal selber vor. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Wie du gerade gesagt hast, ich bin Peter Bär. Wie weit darf ich aus, um mich vorzustellen? Ich fange einfach ganz vorne an. Ich bin Trainer, ich bin Coach, ich begleite Menschen dabei, um ein entspannteres, ein erfüllteres, ein glückliches Leben zu führen. Und meistens kommen die Menschen, die aus nicht so einem entspannten Verhalten sind und wir gucken dann, wie wir da Schritt für Schritt wieder zurückfinden, dass man so rauskommt, dass man ein Stück bewussteres Leben lebe, ein Stück wacheres Leben und damit kommt dann automatisch mehr Freude ins Leben, mehr Erfüllung ins Leben. Und dabei begleite ich Menschen, genau. Wie hat das bei dir selber angefangen, dass du angefangen hast, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Ja, das war eine bisschen längere Leise. Und zwar begann ich, ich sage mit meinem ersten Leben, begann ich als Ingenieur in der Automobilbranche. Ich war dort genau gefangen, wie es ein Hamsterrad, der Geschäftigkeit, des Tuns, mit so viel Druck, mit so viel Stress. Ich war in einem sogenannten Taskforce-Projekt. Es waren Projekte, wo ganz viele verschiedene Menschengruppen etwas von einem brauchen. Mittendrin war ich als Jungingenieur, ich musste mich dort irgendwie behaupten. Und ich weiß nicht genau, egal, die ersten Abteilungen, in der ich tätig war, hatten zwölf Leuten, hatten vier einen Burnout. Und das ist so eine Diagnose, die schon so normal wurde. Und ich war damals dann auch, ich wollte mich halt da beweisen und zeigen, weil ich bin zu jung und was ich kann. Und Jahr für Jahr wurde es bei mir auch immer deutlich. Ich habe Magenschmerzen bekommen, Kopfschmerzen, ständig so eine innere Unruhe, so eine Rastlosigkeit. Und man weiß nicht, dann war ich wieder auf einer drei-wöchigen Dienstreise. Und dann kam ich in der Früh, also am Sonntagabend heim, am Montag sollte ich wieder in die Arbeit. Und dann stand ich am Morgen vor dem Spiegel und ich habe mich nicht mehr selbst erkannt. Ich war so getrieben von den Ängsten und Sorgen und Nöten, aber nicht mehr von dem, was mir eigentlich wirklich wichtig war. Und das war für mich so ein entscheidender Tag in meinem Leben. Ich habe dann für mich beschlossen, möchtest du so dein Leben leben? Und die klare Antwort, was kam? Aber nee, so möchte ich nicht leben. Ich wusste auch noch gar nicht, wo es dann hingeht. Ich habe dann ein bisschen scharf für mich. Ich habe dann gesagt, okay, ich gehe dem nach, wo schon immer so ein bisschen meine Leidenschaft war. Das war in der Psychologie. Und ich habe dann Psychologie studiert. Ich habe dann ganz viele Ausbildungen gemacht. Ich habe alle Bücher gelesen. Ich habe dann wirklich mich zu dieses Thema. Wie soll ich sagen? Ich wollte es einfach wissen. Ich wollte es wissen, was wir in der Gesellschaft brauchen. Also hier, wo wir leben, um ein gesundes, um ein begeistertes, um ein freudvolles Leben zu leben, in dem wir ja vielleicht auch erfolgreich sind, wo wir uns einfach gut gehen. Und dann ganz viele Ausbildungen gemacht. Und dann habe ich dann auch ein paar Jahre später angefangen, als Coach zu arbeiten. Und dann habe ich dann auch ein paar Bücher drüber geschrieben. Und das ist jetzt meine Profession, meine Leidenschaft. Und das Schöne ist, die Zeit war vielleicht nicht leicht in der Automobilie oder schon. Und auch die Zeit dazwischen wieder da zu sich zu finden. Meistens ist ja nicht, was man einfach einmal entscheidet. Okay, ich bin jetzt in meiner Mitte. Ich bin in meiner Balance. Ich bin vollkommen ruhig und so weiter. Das ist ja ein Weg. Und der war vielleicht nicht leichter. Aber das hilft mir jetzt, die Menschen wirklich zu fühlen und zu verstehen und zu wissen, okay, es ist nicht immer easy. Es ist nicht immer leicht. Aber es gibt eine Möglichkeit, Step by Step dort wieder hinzukommen. Und das ist eine sehr wertvolle Reise. Eine sehr, kann auch genussvolle Reise sein. Und man darf sich ja darauf vorbereiten, dass es nicht immer wichtig ist. Und das ist okay. Ja. Genau. Das kann man so schön auf das Mama-Sein auch ummünzen. So ähnlich ging es mir auch. Also ich hatte zwei wundervolle Kinder. Die waren gesund. Eigentlich hätte ich ja unglaublich glücklich sein müssen. Aber ich war nur noch gestresst. Ich war überfordert. Ich war einfach ständig müde. Ich hatte so keine Lust mehr oder keine Freude mehr am Mama-Sein. Das war auch so dieser Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, aber es muss doch noch anders gehen. Es muss doch möglich sein, dass ich mich selber gut fühle. Dass ich mich selber auch irgendwo ein Stück weit nicht verliere in diesem Mama-Sein. Und da habe ich dann auch, das war dann so mein Weg, wo ich gesagt habe, es muss doch mehr geben. Und es muss doch Wege geben, dass ich ich selbst sein kann. Dass ich mir selbst was Gutes tun kann. Und es hat dann dieser Kreislauf. Mir ging es selbst gut. Dann war ich wieder viel entspannter mit den Kindern. Denen ging es dann besser. Es ist so super wichtig, dass man halt auf sich selbst einfach auch achtet. Dass es einem selbst gut geht, ne? Ja. Wir informieren uns oft so, weil, schau, wir leben in einer Welt, wo jeder lau schreit. Da schreit der Arbeitsgeber, da schreien die Kinder, da schreit der Ehemann, da schreit dann noch die Gesellschaft, wo irgendwelche Vorstellungen hat, wie wir sein sollten, wie wir aussehen sollten, wie dick, wie dünn wir sein sollten, wie wir uns verhalten sollten. Wir darstellen dann noch eine Konsumgesellschaft, die uns vorstellt, was wir brauchen unbedingt. Und so viele Leute von außen schreien, was wir sein sollten. Und diese innere Stimme, die eigentlich jeder besitzt, nicht nur eigentlich, die jeder besitzt, wird immer leise und leise und leise und leise. Und wir folgen nur noch dem, was dann außen ist, weil das so laut ist. Und wir hören nicht mehr auf das. Und das ist eine Reise, da zu sagen, ich lebe mein Leben nicht mehr von außen nach innen, sondern ich mache diesen Switch, ich lebe von innen nach außen. Und das ist das, was du jetzt gerade so schön beschrieben hast. Und wenn wir diesen Switch schaffen, und das ist jetzt wieder nichts, was auf einmal passiert, sondern was kontinuierlich passiert, dann ist es wie so ein überlaufendes Jetzt für mich. Das ist immer meine schönste Metapher, die für mich so passend ist. Dann sind wir eine Inspiration für unsere Kinder. Wir sind dann eine gute Mutter. Wir sind dann ein toller Partner. Wir sind dann vielleicht ein guter Arbeitnehmer, ein guter Arbeitgeber. Wir sind dann Vorbild. Nicht, weil wir von außen nach innen versuchen zu funktionieren, versuchen, irgendjemand zu sein, sondern weil wir so sind, wie wir sind. Authentisch, nachrichtig, ehrlich zu sich selbst und jedem von innen heraus. Und das ist das Leben, wo wir... Und das bedeutet Emanzipation, das bedeutet, sich selbst kennenzulernen, das bedeutet, manchmal Regeln in Frage zu stellen. Das bedeutet, mal zu sagen, muss ich wirklich so sein? Ist das, was die Leute sagen, richtig? Oder ist das, was mir mein Kopf ständig einredet? Diese Stimme im Kopf, das ist immer mit bei der 80er. Ist es das, was stimmt? Und es kontinuierlich zu hinterfragen, zu gucken, wo geht es in meinem Leben? Ist es mir wichtig? Hier möchte ich sein? Wo möchte ich hin? Super, ja, total. Total krass. Ja, genau. Für alle, die jetzt nicht so genau wissen, was wir immer mit dieser Achtsamkeit meinen. Wie interpretierst du oder was bedeutet für dich Achtsamkeit? Ganz einfach und manchmal eine Herausforderung. Achtsamkeit bedeutet prinzipiell nicht mehr, als in dem Moment zu sein, wie wir jetzt sind. Das heißt, wenn du dir das Video jetzt anschaust, dass du dich spürst, dass du vielleicht spürst, wo du gerade sitzt, dass du die Worte hörst, wirklich hörst, statt dir in ihrem Smartphone rumzufliegen, was du jetzt siehst, und das kannst du mal ganz genau kurz ausprobieren, den Blickwinkel so ein bisschen erweitert über den Bildschirmrand und einfach hier wirst, jeden Atem spürst und einfach da wirst. Das ist 18 Grad. Was die meisten Menschen machen, wie sie sind, die stehen in der Früh auf und denken schon, auch was Frühstück geht. Bei Frühstück denken sie an die Arbeit. In der Dusche, wo es so schön wäre, wo jeder Tropfen, man spüren könnte, in jeder sind sie schon wieder im nächsten Problem. Geben mal die Kinder, mal das herrlichen, mal für den Mann noch was machen, für das noch was machen, für das noch mal was. Und, oh Mist, ich habe das gestern vergessen, das, das, das. Zehn Termine an meinem Termin verlernt, ich versuche an alle gleichzeitig zu denken. Und in dem Ganzen verlegen wir das, was eigentlich da ist, und zwar der Moment. 18 Grad bedeutet es, zu lernen, vom Moment zum Moment hier zu sein. Und das schafft dann tausende Vorteile, wirklich. Es gibt mittlerweile über tausende Studien, die zeigen, wie wertvoll 18 Grad ist. In den verschiedensten Bereichen. Aber das einfachste Beispiel ist für mich immer das, normal ist diese Autopilot-Modus, den wir kennen. Wir handeln so wie wir immer gerade nicht haben. Und wir kämpfen müssen im Alltag. Und 18 Grad schafft dort eine Pause. Soll ich das ganz kurz erklären? Ja, bitte, unbedingt. Okay, dann kannst du dir das so vorstellen. Gerade in diesem Moment kommen Informationen auf dich rein. Also, das, was ich sage, ist, was du hörst, wie es schmeckt, fühlst. Und diese Informationen gehen dann durch unser Gehirn, und das ist ein Verarbeitungsprozess, und prinzipiell werden sie dann bewertet. Die werden bewertet, macht das Sinn, was du sagst, das ist cool, oder irgendwie passt das nicht. Das läuft ständig ab, jede Sekunde, Millionen von Bewertungen, zwischen 50.000, 80.000 Gedanken jeden Tag. Und je nachdem, wie wir das bewerten, erzeugt es auch Gefühle. Und diese Gefühle sind dann entweder Traurigkeit, Absorgen, Wut, oder vielleicht auch Freude, je nach dieser inneren Bewertung. Und diese Emotionen lösen dann unser Verhalten aus. Also, es ist ein Ereignis, dieses Ereignis wird wahrgenommen durch unsere Sinne, das wird bewertet, die Bewertung löst Emotionen aus, und dann handeln wir. Diese Kette läuft nun mal völlig auf Autopilot an. Das heißt, wir bekommen es gar nicht mit. Der Partner drückt den Knopf, und schon handeln wir. Wie wir immer gerne haben. Das Kind macht was, was uns nicht gefällt, und es rutscht dann raus, wir schreien. Und das ist normal, das ist völlig normal, weil wir so hochautomatisierte Prozesse sind. Was Achtsamkeit gerade zu Beginn macht, es schafft eine Pause. Sie sagen, es kommt ein Auslöser, es kommt vielleicht auch noch die Bewertung automatisch. Aber wir handeln erstmal nicht, sondern wir fühlen erstmal, was fühle ich gerade in dem Moment. Fühle ich mich gerade üben, fühle ich mich gerade. Sauer, vielleicht gerade glücklich. Und dieses Gefühl, wenn wir wahrnehmen, eine kurze Pause in uns machen, dann können wir uns klug entscheiden, was der nächste Schritt ist. Nicht aus dem Kampf, nicht aus dem Flug, nicht aus dem Auto benutzen, sondern aus der Entspannung. Und das, wenn wir praktizieren und praktizieren, dann merken wir irgendwann mal, wie unser Gehirn ständig diese Welt bewährt. Wir gehen, weil sie die Kette zurück von Verhalten über Emotionen zur Bewertung ziehen, und was macht mein Gehirn eigentlich in den ganzen Leben am Anfang. Stimmt das so? Passt das so? Weil all diese Bewertungen, all diese Muster, die du in deinem Kopf hast, die sind im Endeffekt entstanden durch Sozialisierung, Konditionierung, Prägung, durch die Erziehung von den Eltern, wie wir es natürlich auch weitergeben. Und das ist dann so eine Summe, die einfach dort oben gespeichert ist. Und manchmal dient die uns nicht. Und durch diesen bewussten Umgang kommen wir immer mehr da dran. Natürlich entspannt es uns auch. Es stärkt unsere Konzentrationsfähigkeit. Es lässt uns gesünder leben. Es lässt tausende Benefits. Und für mich ist es immer, das Schönste ist, wir lernen das Leben wieder zu genießen. Weißt, wenn ich morgen am Frühstückstisch sitze und genussvoll einen Kaffee trinke, dann trinke ich genussvoll diesen Kaffee. Wenn ich in der Dusche stehe, spüre ich jeden Wasserkrafen. Wenn ich mit meinen Kindern schimpfe, dann schimpfe ich gewusst. Das ist ein Beginn nicht. Und wenn es dann mal wieder auf Autopilot passiert, dann bin ich gut zu mir und sage, hey, es ist okay. Es ist ganz normal, es ist das Leben. Dann gehe ich dann mit mir liebevoll und gut um, weil es so ist, wie es ist. Und ich verurteile es gar nicht bloß. Auch mein eigenes Verurteilung. Ich verurteile mich so oft und denke, wir müssen irgendwie sein. In 18 Zeit ist da diese Annahme von sich, zu sagen, so wie ich bin, bin ich eigentlich ganz okay. Auch wenn mir die Stimme in meinem Kopf da oben manchmal was anderes erzählt, das ist okay. Da dürfen wir entspannt damit umgehen. Ich denke, das ist echt weit aus. Aber das war super, super wertvoll. Das war total schön, nochmal so zu hören. Ja, danke. Super, super. Und wenn man jetzt beginnen möchte, achtsamer zu leben, das ist ja ein Prozess. Also das dauert einfach, bis das so einigermaßen, automatisch würde ich es auch nicht sagen, aber bis man es so in seinen Alltag stark integriert hat. Das ist ein Prozess, das dauert. Aber wenn man jetzt so die ersten Schritte machen möchte, was würdest du so empfehlen, wie man da rangeht? Wenn man sich jetzt nach deinem sehr mitreißenden Vortrag dazu entschieden hat, dass Achtsamkeit absolut was ist, mit dem man jetzt beginnen möchte, wie sollte man einfach starten? Ich würde es auf mehreren Schienen starten. Und zwar erstens mal mit dem Thema Einladungsleben. Das ist quasi auf einer kontinuierlichen Basis etwas gibt, das mich daran erinnert. Beispielsweise im Facebook-Grunden gibt es da welche Musik-Kinze. Da habe ich auch eine schöne Gruppe. Ja, genau. Es gibt viele tolle Lehrer. Das muss nicht ich sein. Es gibt wirklich wertvolle Menschen da draußen. Ganz egal wen. Fühlt das, wie er euch anspricht. Und dann folgt ihm ein bisschen. Weil zum Beispiel, ich bringe jeden Mittwoch ein YouTube-Video raus. Und dann geht es immer wieder genau um dieses Thema. Dann lädt man sich das Thema schon mal ein. Ja. Weil oftmals verlieren wir uns da im Alltag wieder in diesem Struggle, in diesem Autopilot-Modus. Und dann bevor wir uns denken, wir wollten doch 18 sein. Und ich habe es wieder verloren. Okay. Und dann dieser kontinuierliche Reminder. Das Zweite, was ich dir in die Hand gebe, ist, wo gehen wir weiter? Weil wir dürfen nämlich eins nicht vergessen. Das Gehirn ist ein hochautomatisiertes Organ. Das ist dieses von Auslöser zum Verhalten mit Schnellschalter. Und das ist manchmal im Alltag eine Herausforderung. Was ich auf jeden Fall machen würde, ist Meditation in meinem Leben. Das ist der zweite Schritt. Das ist ein erstes Mal Thema einladen. Das ist Meditation im Alltag. Was ist Meditation? Prinzipiell super, super, super simpel. Also wirklich einfach. Du setzt dich hin wie wir hier. Du kannst jetzt mal mitmachen. Wir machen mal eine Meditation. Ist das okay für dich? Ja, klar. Ich zeige dir die schnellste Meditation der Welt. Okay. Hinsetzen. Kurz spüren, wo wir sind. Im Raum. Wo bin ich gerade? Bald hinter mir. Ich spüre mal kurz mein Gesäß. Und dann einen Atemzug, wo ich den Atem verfolge über die Nase, über den Hals, über die Lunge. Und wieder aus. Nochmal ein. Und aus. Das war's. Das ist Meditation. Meditation bedeutet, dem Atem bewusst zu folgen. Ein und aus. Das beginnt mit zwei Atemzügen. Das kann man immer machen. Dann vielleicht mal drei. Wenn man wirklich mutig ist. Und meine Idee ist das, um Meditation ins Leben zu bringen. Nimm dir dein Smartphone, stell dir den Wecker auf, zwei Minuten. Wenn du mutig bist, zwei Minuten, setz dich hin, aufrecht in eine entspannte, würdevolle halten. Und es folgt zwei Minuten dein Atem. Wenn du abdriftest, völlig okay. Das ist wirklich okay. Einfach, wenn es dir auffällt, wieder zurück. Wenn der Wecker klingelt, aufstehen, Alltag fortsetzen. Weil, da ist nämlich so ein Effekt. Zum einen, manchmal sitzen wir da und denken, wir halten es nicht aus. Und zwei Minuten schafft jeder. Also ich sage immer nicht, fang nicht mit einer Stunde an. Fang nicht mit einer halben Stunde an. Das muss nicht sein. Du weißt, zwei Minuten ist super stark. Und was dann auch viele andere machen ist, die meditieren zwei Minuten und sagen, wow, das tut mir echt gut. Und wir hören den Mecker und machen dann weiter. Auch nicht. Weil, diese zwei Minuten, dann hast du was geschafft. Und dein Gehirn haben, der Erfolgserlebnisse sagt, yes, ich habe es gepackt. Und mach meinen Halter vorbei. Du kannst ruhig dann am nächsten Tag drei Minuten machen. Oder vier. Aber halte dich einfach an das, was du dir vorgenommen hast. Weil dadurch lernen wir auch mal sitzen zu bleiben, wenn wir es nicht wollen. Aber haben das Erfolgserlebnisse, wenn es mal so gut läuft, dass wir nicht das überziehen. Weißt du, sonst, wenn wir nämlich so großzügig noch hinten mit uns sind, dann sind wir oftmals auch großzügig. Ach, ich habe ja gestern zehn Minuten gemacht. Ich stehe jetzt heute nach einer Minute auf. Und da einfach dranbleiben. Das ist so die Kunst der Meditation. Und dann baue es für dich einfach ein bisschen mehr auf. Und als Mama, nimm das Kind mit. Also je nachdem, wie alt es ist. Aktuell gibt es ganz schöne Studien, Forschungsarbeiten, die zeigen, dass Kinder ab drei Jahren perfekt das können. Und wo ja das so ein Kanal für Mütter ist. Ich möchte euch die beste Achtsamkeitsübung dieser Welt auf den Weg geben. Und ihr habt das Privileg, dass ihr die machen könnt. Und zwar wisst ihr die Menschen, die das perfekt praktizieren? Kinder. Kinder. Kinder sind im Moment. Weil sie lachen und lachen. Wenn sie weinen, dann weinen und sie. Wir sind nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Wir sind in dem Moment. Und mal so ein Kind zu beobachten. Wie macht es mein kleines Kind, dass es hier ist, dass es im Moment ist. Mich mit dem hinzusetzen. Und einfach mit dem Kind den Moment zu genießen. Die leuchtenden Augen von einem Kind sind. Die begeisterten von einem Kind zu sein, wenn es Blödsinn macht. Die sind im Moment. Und Hinduismus heißt es so schön, der kindliche Geist ist der erleuchtete Geist. Und Jesus hat beispielsweise gesagt, wenn du ins Himmelreich möchtest, dann darfst du ihn bewähren wie ein Kind. Buddhismus gibt es ähnliche Lehren, die genau in diese Richtung deuten. Die deuten immer, in dem jetzigen Moment wird immer zu diesem kindlichen Geist. Zu diesem wachen, präsenten kindlichen Geist. Dort dürfen wir wieder nennen. Ich habe selbst einen Lehrer, wo ich jeden Tag meditiere. Das ist ein Zen-Meister. Einer der bekanntesten Zen-Meister im Westen. Und der macht zweimal im Jahr so ein 90-Tages-Retreat-Book. Weil sie 90 Tage ein Stück meditiert. Und wenn der rauskommt aus diesen 90 Tagen, hat solche kindlichen Leuchten in den Augen. Ihr seht die Welt wieder, wie Kinder die Welt sehen. Und das ist die pureste Form von Achtsamkeit. Das heißt, ihr habt den besten Achtsamkeitslehrer, den ihr bekommen könnt. Und das Schöne ist, jetzt passiert aber, jetzt kommt noch was Neues. Kinder sind so ein wundervolles Geschenk. So schön es auch ist, mit denen im Moment die Zeit zu verbringen, so sehr können die uns auch auf die Palme bringen. Und das ist auch gut. Wenn ich meine Coachings immer mache, dann kristallisiert sie sich immer relativ schnell raus, dass jeder seine Zen-Meister hat. Und zwar für mich ist natürlich dieser Zen-Meister dieser weise und sich ruhende Mensch. Aber die wahren Zen-Meister sind die Leute, die uns auf die Palme bringen, die bei uns noch die Knöpfe drücken können. Weil an denen können wir noch am meisten lernen. Und an denen können wir lernen, wo bei uns noch etwas ist, wo ein Knopf gedrückt wird. Bei denen können wir lernen, wie wir noch aus der Balance gebracht werden. Und sie sagen, hey, danke schön, dass du mir die zeigst hast, wo ich mich noch entwickeln darf. Und das sind für mich immer die Zen-Meister. Das können ruhig Kinder sein, zu sagen, ah, das Kind hat mir das gemacht und das schafft mich gerade wieder auf die Palme zu bringen. Und ich denke, dass du mich daran erinnerst, dass es auch was mit mir zu tun hat, nicht nur mit dem Kind, sondern mit mir. Und ich lerne daraus. Das bedeutet nicht, dem Kind alles machen zu lassen, was ich machen will, sondern die Erziehung ist ganz wichtig. Aber zu erkennen, dass es, wenn es mich emotional berührt, wenn es mich aufwühlt, hat es was mit mir zu tun. Und darum sind Kinder sowohl die besten 18-Gerz-Lehrer, als auch Zen-Meister weiß uns das eigene Buch noch, wo wir noch gerne erstmal losgetragen werden. Wow, super. Vielen, vielen, vielen Dank. Also, ich werde auf jeden Fall unter dem Video deinen YouTube-Kanal verlinken, deine Website verlinken und auch deine Facebook-Gruppe verlinken. In der bin ich auch drin. Und ich habe dich damals kennengelernt durch diese Nicht-Jammern-Challenge. Die hat mich auch nochmal so extrem weitergebracht. Also, so Facebook-Challenges kann ich auch wirklich absolut empfehlen. Du hast so viele wertvolle Tipps damals gegeben, die ich einfach dann auch sofort umgesetzt habe und die nochmal so viel gebracht haben. Also, ich glaube auch dieses sofort einfach machen, umsetzen, was dir gerade jemand gesagt hat, ist auch dir wichtig und nicht, ja, ja, irgendwann fange ich mal damit an. Sondern in dem Moment, wo man das hört, wo man den Input bekommt, dann auch loszulegen, anzufangen und dann die Veränderung zu sehen, die in manchen Fällen dann auch wirklich super schnell eintrifft. Ich weiß noch, den einen Tipp, den du gegeben hast, da ging es um negative Gedanken oder innere Stimmen, die negativ sind. Das Armband, das man wechselt. Ich habe das, ich glaube, so zwei Wochen echt regelmäßig gemacht und irgendwann braucht man das Armband nicht mehr. Weil dann merkt man, oh, da kommt ein negativer Gedanke auf, den schalte ich einfach aus. Also, das kann ich auch echt empfehlen. Das ist auch ein super Tipp. Ich habe am Anfang immer in Gedanken mit meinem Mann gestritten. Also, diese Streitgespräche, die haben nie stattgefunden. Aber ich war irgendwie, ich hatte irgendwie schlechte Laune und dann kam das so hoch. Und das mache ich nicht mehr. Also, das hat sich gelegt, einfach weil ich angefangen habe, deine Tipps dann auch wirklich sofort umzusetzen. Also, an dieser Stelle auch vielen Dank dafür. Vielen Dank. Und das ist das Schöne. Ich sehe mich nämlich nie als irgendwie jemand besonderer, als Lehrer, sondern für mich sind das immer, wo sich zwei Menschen treffen. Und wenn du Menschen ins Umsetzen kommst, wie du, dann inspirierst du automatisch diese Menschen in deinem Umfeld. Deine Kinder, deinen Partner, deine Liebsten. Und genauso sehe ich mich auch nicht. Ich darf deine Inspiration sein. Das freut mich. Das ist eine riesige Ehre. Das freut mich. Und für mich sind die Menschen, die das dann umsetzen, genauso wie ein Volk. Vor allem, das ist mir wichtig, mal zu sagen, dass jeder Mensch, wirklich, jeder Mensch, ja, ich werfe mir jetzt. da gibt es keinen Unterschied. Das ist das, was man, ich meditiere sehr, sehr viel. Muss nicht jeder machen. Aber irgendwann, ich hatte vor, das war in diesem Sommer, war ich in einem 14-Tages-Retreat, wo ich 14 Tage quasi meditiert habe. Und irgendwann wird mir das so klar, dass selbst ein Buddha, selbst ein Jesus, das war nicht besser und nicht schlechter wie ein anderer Mensch. Wir alle Menschen sind genau gleich der jeweils individuellen Erfahrung. Wir leben zwar in einer Leistungs- und Konsumgesellschaft, die uns ständig einreden will, du musst viel leisten, um wert zu sein, du musst was kaufen, um wertvoll zu sein, du musst irgendwo hinkommen, weil dann bist du besser wie der andere. Wir vergleichen und versuchen ständig irgendwie das Hamster daran laufen zu halten, indem wir besser sind wie der andere. Ein einfaches Beispiel, wo das ganz schön illustriert ist, möchtest du, das ist ganz spannend, möchtest du, 150.000 Euro haben, wenn alle anderen 100.000 Euro haben oder möchtest du 250.000 Euro haben, wenn alle anderen eine halbe Million Euro haben. Obwohl doch, wenn ich überlege, dass die Leute in meinem Umfeld dann wirklich eine halbe Million bekommen, würde ich das weniger Geld nehmen, glaube ich. Das ist das Intuitiv, und wir wollen immer, wir verzichten lieber auf 100.000 Euro, das sind aber dann besser wie die anderen. Das ist so in uns drinnen. Und das hat die Leistungskonsumgesellschaft und alle, das haben die uns so eingeimpft. Und das hat auch lange gebraucht, dass ich gesessen bin, um es nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern auch auf einer Ebene des Fühlens, dass wir alle Menschen, du, ich, jeder, der hier zuschaut, genauso wertvoll ist. Und manchmal haben wir diese Stimme angenommen in unserem Kopf, die uns das sagt, nein, ich aber nicht. Und auch verstehen, dass es nicht deine Stimme ist, sondern es ist die Stimme, die du dir angemeldet hast, durch die Leistung, durch die Konsumgesellschaft, durch die Erziehung. Und das ist okay. Und wir alle sind wirklich wertvolle Wesen. Gleich wertvoll. Egal, wo wir sind, egal, wo wir sind. Wir machen einfach nur unsere Reise. Und zwar in dem Moment, wo wir, wo das Wasser drin ist, in diesem Schluck Schmeckner, da bin ich genauso wie jeder andere Mensch, der auf diesem Planeten einen Schluck Wasser bringt. Das andere sind die Gedanken, das ist diese Illusion, in unserem Kopf, die wir so oft erleben, und die uns von unserem Glück abheiten, das hier ist, das hier in dem Moment ist. Super. Das war so wertvoll und so inspirierend, was du in dieser kurzen Zeit mit uns geteilt hast. Vielen, 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 vielen Dank. Das war so toll. Und ich hoffe, dass unsere Zuschauer jetzt ganz arg motiviert sind und den Sinn und diese Wichtigkeit hinter der Achtsamkeit verstanden haben und heute jetzt damit anfangen, mehr Achtsamkeit in ihr Leben zu ziehen, zu meditieren. Das empfehle ich ja auch immer, ganz, 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 ganz oft einfach anzufangen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Für jeden, der jetzt noch mehr von Peter möchte, der kann in der Infobox vorbeischauen, da sind alle Sachen verlinkt, wo ihr ihn finden könnt, wo ihr euch mit anderen in seiner Facebook-Gruppe austauschen könnt. Das ist auch immer super motivierend oder wenn man gerade mal einen Tief hat oder wenn man nicht weiterkommt, da sind immer Menschen, die einen dann wieder aufbauen, die wieder eine neue Idee haben, wie du es weiter umsetzen kannst. Also nochmal vielen Dank. Euch danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.